Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Donald Duck Going Crackers in Aufgehängt Motion. Ich muss auch auf den Emulator klicken, ich Idiot. Es geht weiter mit dem Dächerkurs. Letztes Mal haben wir wieder zwei Stages geschafft. Dieses Mal schaffen wir wieder zwei Stages. Das ist klar, Mr. John Wayne. Und es geht los. Oh, das sieht lustig aus. Oh, boah, leck. Leck mich doch am Arsch. Oh, na toll. Die Dinger brechen zusammen. Ich breche auch gleich zusammen, Leute. Hanuken! Oh, ne, ich halte an. Ich halte schon an. Okay. Da springe ich einfach drüber. Because I can. Okay, und wow. Und. Aha. Ähm. Ach so, verstehe. Alles klar. Äh. Okay, ich komme da nicht hin. Aber ich will das hier haben. Boing. Okay. Das, ähm, nervt mich echt voll ab, so. Weil. Wieso bin ich da nicht hingekommen? Hab ich da irgendwas, bin ich falsch gesprungen oder so? Ich hab da nicht aufgepasst. Ich war grad voll damit beschäftigt, die Welt zu zerstören. Okay. Nochmal. Erstmal gehen wir mal den anderen Weg. Bam. Das ist Mold. Ah, ich verstehe. Es wird schon trickiger. Acht Sekunden. Ja, das ist mehr als genug. Ich pfeife auf die Sterne. Ha, ha, ha. Und hol sie mir dann trotzdem. This is badass. Badass motherfucker mäßig. Boing. Ähm. Okay, ich hab immer noch den Doppelsprung. Und ich hab wieder die Kirsche des Zuckerflashes und dreh dann vollkommen durch. Pfff. Dum, 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 dum. Wow. Nicht mit mir. Nicht heute. Nicht an Halloween. Okay, guckbar. Das ist das Buch. Das Buch des Lord Voldemort. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht. So, und jetzt aber. Wo ist die... Chuchu. Da ist Chuchu. Chuchu train. I'm a Chuchu train. Ich bin mal gespannt, was... Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich bin mal gespannt, was in der nächsten Welt ist. Die nächste Welt sah voll nach Horrorszenario aus. Hat mich irgendwie voll an Glover erinnert. Weiß auch nicht, wieso. Ich glaub, das hat mich daran deswegen an Glover erinnert, weil ich in Glover nie weitergekommen bin in dieser Horrorwelt. The Castle of Fear oder sowas. Irgend so ein kranker Scheiß, wisst ihr ja. Ach ja, stimmt. Es reicht ja schon, auf die draufzuspringen. Bam. Lauf! Dritte Chuchu train. Chuchu train. Okay, boing. Boing. Ha, ha, ha. Und, ähm... Ja, hier ist nichts. Ah, hier ist das Bonus-Peace. Boss-Peace. Ugh. Ich bring mir das nie bei. Das ist ein Boss-Peace, kein Bonus-Peace. Und ich hasse es, wenn sich Leute während einer Aufnahme anmelden. Ich sollte mich auf Beschäftigt stellen und nicht auf Offline. Hadouken. Ich spring auf fette Leute. Das ist mein Hobby. Genauso wie Milchshake trinken. 13 Leben. Wir haben kein Leben. Da-da-da-da. Okay. Wieder eine Stage geschafft. Dum-dum-dum. Jetzt haben wir schon die Hälfte von dieser Grensefresse. Guckt euch. Oh Gott, ey. Was fehlt denn da noch? Seine Mutter mal. Die Dächer. Moment mal. Noch eine 2D-Stage? Ne, ne? Oder? Bitte doch mal. Ach du... Ich glaube, ich habe es schon in der richtigen Reihenfolge gemacht. Tag, Abend, Nacht. Wo schwarzer... Äh, hallo. Hier ist alles schwarz. Rauch. Da! Yeah, okay. Okay. PK Starstorm. Ähm, okay. Da, sogar das ist schwarz. Donald hat die dunkle Aura. Oh Gott, das ist ja... Oh Gott. Dunkle Aura, Donald. He's going to kill us all. Ist das eine Möwe? Oh, sogar die... Ich habe das Gefühl, hier ist so ein... So ein Schwarzbox-Effekt, oder wie das heißt. Also, so alles, was so ein bisschen... Manches, was weiß ist, wird so schwarz auf einmal. Was machst du da, Donald? Was machst du da, Donald? Mann, bin ich Risiko, freue ich heute. Checkpoint clear. Ich bin heute voll der Risiko. Ich bin... Ne, das ist... Genau, das ist nicht Donald. Das ist Darkwing Duck. Darkwing Duck, 2, 1, Risiko. Das, sogar das... Das Buch ist jetzt mal wirklich böse. Oh Gott, das hat schwarz geleuchtet. Das ist jetzt mal wirklich böse. Und Dankeschön. Okay, du hörst offensichtlich nicht auf. Also, sprich, ignoriere ich dich einfach. Und dich auch ignoriert. Dich ignoriert. Ignoriert. Ihr wurdet offiziell ignoriert. Ach, du Kacke. Was ist... Was... Was ist das? Döner City? Ich habe keinen Plan, was es heute Abend zu essen gibt. Okay, boah! Hadouken! Der macht mir immer Angst. Deswegen muss ich meinen Hadouken einsetzen. 13 Sekunden! Was? 13 Sekunden. Das ist am Arsch der Welt, oder was? Ganz am Anfang der Stage. Darkwing Duck, bitte hilf mir! Oder Vincent Valentine. Du auch. Ihr seid euch ähnlich. Ich sage, irgendwie habe ich das Gefühl, Vincent Valentine und Darkwing Duck, das sind irgendwie zwei Personen, die gut zueinander passen könnten. Fragt mich nicht, warum. Ich habe so das dumpfe Gefühl, wäre Darkwing Duck auf einer Cosplay-Party eingeladen, würde er als Vincent Valentine gehen und andersrum genauso. Als Vincent Valentine als Darkwing Duck. Stellt euch das mal vor. Besser stellt euch mal vor. Wenn Vincent immer, wenn er ankommt in seinem schwarzen Umhang so, ich bin der Schrecken, der die Nacht durch flattert. Stellt mir geil vor. Au! Du Mann, ich raste aus, ey! Verfick'n wir mal! Wow! Hilfe! Was ist heute hier los? Was ist heute los in Pupstadt? Das Buch des Bösen. Okay, ihr gebt mir heute sehr viel Zeit. Dabei ist es doch schon gleich hier. Und wieder complete. Wow, wow. Taube! Ich schwöre, Taube! Verpiss dich, Taube! Taube, ey! Okay. Da-da-da-da! Wieder geschafft. Das heißt, wir können aufhören auszurasten. Auch ein guter Tag in unserem Leben, ja? Und wir haben's komplett. Scha-boing! Und das war's auch schon wieder mit dieser Episode von Dundle Duck Going Crackers. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, see ya! Euer Sherso! 疫情. Ops-Taube! sit בimi! Vielen Dank.